Suizidalmusik! Und Latein ist an sich schon angsteinflößend. Verstehe. Die Wundmale des Lichels hatte, mach hier was ich machen will, denn du Kassai Mikasa. Deine Nachpartieren als Blutadler den Billiardtal und ihre pulmonale Arterien füllen die Minibar. Negative Schwingungen für Edward und Lorraine, wenn ich so auf den Putz hau, dass ich die Messingkreuze treme. Ein tiefer Blick in meine Pestverseuchte Seele lässt ein Augenlicht erlischen, wie ein Essex eure Regeln. Wir beschmieren Familienfotos mit blutigen Smiley's, gravierenden Antikholz, wo Billiare ruhen in Schriftzeichen, bevor wir die auf dem Kamin thronenden Urnen verheizen. Asche zu Asche und angekrokelt in Grotgesetzeiten. Bezeichne Kreide-Pentaklamme in den Perserläufer ein und halt den Heidenritual in Zwischenkerzenleuchterschein. Wenn ich es mir heimisch mach, bekommst du einen Lagerkoller und betest Leierkastenartik dreimal Paternoster. SZMK, wir machen deine Wohnung klar. Stoßen mit Champagnern auf deinen Todestag. Bringen das Yenseite auf diese Seite. Schau auf deine Uhr. Es fliegt Purge-Time zur Priesterweihe und wir ruinieren dein Feng Shui. Wir setzen dich nie wieder beruhig. Endzeit im Contouring. Ich geb die Regieanweisungen durch. Uns flaggen keinerlei menschliche Emotionen hier. Jagen mit kreisenden Sensen den Monologen. Was aussah wie das Werk einer Gruppe vom Psychopathen war in Wirklichkeit etwas Größeres. Etwas an das man sich in 50 Jahren noch immer erinnern würde, um es zu wiederholen. Pro Ripper, der Opa ist der im Hexer-Zirkel. Wir machen nichts, was deine Wohnungsmiete deckeln würde. Leiste zu dem Sound von Opern, die deine Messe schwöre. Und renovieren dein Haus zur Rob Zombie-Gedächtnishütte. Es gibt kein Entkommen aus Dr. Satans Escape Room. Und die offiziellen Opfer-Talen sind Fake News. Kannibalismus, Orgie und Benzotiazipien im ZMK. Hellsweet Home. Wir sind die Manson Family. Wer durch die Fenster Gläser schiebt. Sieht einen Mystery Thriller. Bevor die Weltblech-Jalousie in einen Cliffhanger triggern. Ich geb dir Lysergaminti alle Pillenregister. Bist du hier mehr Gespenster süß als in der Winchester-Villa? Dann schieß ich Instagram-Bilder mit einem Vintage-Verfilter. Als Trophäen, ich bin ein Natural-Bot-Serial-Killer. Und wir sind lange weg, bevor die Polizistinnen rücken. Denn mein Ego passt nicht ganz in deren Gitterkäfige. Meine Systematik hat auch keine Sicherheitslücke. Ich hab ja dank der Naht und Lauge nicht mal Fingerabdrücke. Und außerdem als monopolistischer Sektenführerpflichttermine. Sieh ich nicht für wochenlange Wellness-Center-Trips verschieden. SZMK. Machen deine Wohnung klar. Stoßen mit Champagnern auf deinen Todestag. Bringen das Yenseite auf diese Seite. Schau auf deine Uhr. Es fliegt Purge-Time zur Priesterweihe und wir ruinieren dein Feng Shui. Wir sind nie wieder beruhig. SZMK. Ich geb die Rishi-Anweisung durch. Uns flagen keinerlei menschliche Emotionen. Wir flagen mit kreisenden Sensen-Dämonologen. Wir machen deine Wohnung klar. Stoßen mit Champagnern auf deinen Todestag. Bringen das Yenseite auf diese Seite. Schau auf deine Uhr. Es fliegt Purge-Time zur Priesterweihe und wir ruinieren dein Feng Shui. Wir sind nie wieder beruhig. SZMK. Ich geb die Rishi-Anweisung durch. Uns flagen keinerlei menschliche Emotionen hier. Wir flagen mit kreisenden Sensen-Dämonologen. Und verlass ich deine vier Wände. Mit Kälchen, seinen Gewänder dann wieder heim in die Hölle. Und du verbleibst gemäß menschlichen Sehnsuchtverhalten. Es ist einen wie nekrotisch verfallenden, leblosen Hallen. Lägg parach. Das ist eine größte Schöne. Dämonologen. Und die Glöbel.